Yo Leute, was geht ab? Ich bin es wieder mit einem neuen Video und ich stelle hier gerade noch die Kamera ein. Und vor mir war gerade irgendjemand, ich habe es gesehen. Und ich habe etwas Geiles. Und zwar ist vor meinem Scheißhaus so ein Teil, ich schwöre das hat mich schon letztes... Ihr habt es jetzt nicht... Ihr habt es gesehen, gell? Verdammte Scheiße, ihr habt es gesehen. Ich schwöre Lahn. Scheiß Kamera. So, jetzt. Und was ihr ja auch seht, ich bin jetzt ein Mädchen und das ist mein Scheißauto. Und ich habe hier oben 46 Millionen, weil mir irgendjemand das... Gefickt wurde ich. Momentan hat das Geld, der jetzt irgendwie mein Kumpel ist. Aber der kann halt nur auf der PS3 moden. Scheißhalle, wo bin ich? Wir gehen jetzt mit Auto dorthin. Ich bin zwar jetzt Level 6. Kann mir nicht... Also wegen dem Level kann ich mir nicht so viel aufs Auto packen oder so. Und deswegen muss ich jetzt warten, bis irgendwann mein Kumpel wieder angeht und mich wieder irgendwo moddet. Und das... Zum Glück ist es nicht gespawnt. Wala, ich werde ausgerastet, wenn diese Scheiße gespawnt werde. Ey! Und jetzt, 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 komm. Wala, ich wollte nicht in meine Garage dieses Auto stellen. Hey! Jetzt bin ich unsichtbar. Geil! Also ich glaube, bei mir packt das Spiel irgendwie gerade rum. Aber es hilft mich auch nicht. Ich... Ah! Ein Kumpel mir einfach mal. Ein bisschen Geld gemoddet. Also... Auf welche mich ventilassen. Wir geh'n jetzt raus aus dieser Karre. Oder ich... Ich... Ich schwöre... Booom! Ey, ich... Ich... jetzt nur darüber ein Video, wie geil es ist. Tschüss, wie Autos hier gefliegt werden. Ich bin nicht in meiner Garage. Oh mein Gott. Ich bin letztens. Auf dem Hochhaus gewesen, Leute. Auf einem verdammten Hochhaus. Warte, jetzt seht ihr hier meine Waffen. Ich hatte sogar diesen einen Dings, Laser-Dings da. Aber das ist halt dieses Band. Das war eine Scheiße. Voilà, der soll da nicht reinfahren. Der wird gefickt. Guck mal, das Auto, das war in meiner Garage. Jetzt ist es mein Auto. Boom. Beste Auto der Welt. Gass mal diese Scheißmusik aus. Tschüss. Dieses Auto ist gefickt, Alter. Da war einfach einer oben da. Da war ich zwar auch schon gerade vorhin. Ey, Walla, ich liebe es. Ich werde am Schla... Tschüss. Oh mein Gott. Tschüss. Ey, ich stelle dieses Auto jetzt weg. Ey, wie das aussieht. So. Mein Controller ist ein bisschen laut. Wir müssen... Wir müssen... Boah. Ey, tschmisch. Wir müssen mir auch noch eine Maske holen. Und ich wurde platt gemacht von einem Scheiß-Auto. Ficken. Aber kein Online-Spieler. So ein Scheiß-MPC, Alter. Ich glaube, ich hole jetzt mein Auto. Oh mein Gott. Ja, genau. Genau. Fick. Weil wir gehen jetzt zu diesen Hackern und lassen uns noch ein bisschen Dings leveln. Wow. Skin. Und dann können wir Scheiße bauen bis zum Gehtnichtmehr. Ich weiß ja ungefähr, wo die sind. Und wenn wir da sind, dann können wir ja Dings... Vielleicht noch ein bisschen Geld haben. Oder so. Und dann holen wir uns noch so ein richtig fettes... Flugzeug. Für das Flugzeug. Mein Gott, Alter. In diesem Teil kann man nicht mal mal richtig fahren, Alter. Ich bin ja jetzt Mädchen als Charakter bei meinen anderen Accounts. Das war... Ja, nicht so geil. Wallah, ich mag jetzt... Wo ist der? Desta. Da, ja, gut. Wallah, ich folg' denen, gell. Wallah, ich mach' nix. So ein Spass. Ach, Fick dich, Alter. Egal, Leute. Ähm, ich hab' jetzt einfach mal wieder vorgehabt, ein paar Videos zu machen. Ja, also... Ich weiß ja nicht wann immer, aber... Irgendwann immer. Besser, cool. Nimm den Wachan. Nö. Wahrscheinlich ist das jetzt das schlechteste Auto, das ich hab'. Ich hab' auch noch ein Punto, aber... Den benutze ich da. Ähm, jetzt nicht. Höh, nein! Geil, ey, geil. Ich hab' das Auto gewollt. Jetzt gehen wir erst mal zu... Ähm... Lufsantus Custom. Wann er wieder?